In der heiligen Musik Indiens Ist Ganesha, Ganesh, eine Gottheit oder ein göttliches Attribut, das die Hindernisse überwindet? Es gibt die Tradition, dass wenn man etwas Neues beginnt, eine Reise, eine Beziehung oder ein Projekt, dass man zunächst Ganesha anruft, um den Segen Ganeshas bittet, sich Ganesha hingibt. Das ist natürlich nur ein Aberglaube, aber ich glaube ein schöner. Viel Spaß! Om Gam 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 Ganapatiye Namunamaha Om Gam 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 Ganapatiye Namunamaha Om Gam Ganapatiye Namunamaha Om Gam 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 Gamapatiye Namunamaha Ganesha, Ganesha, Ganesha Sarnam Ganesha, Ganesha Sarnam Ganesha, Ganesha, Ganesha Sarnam Ganesha, 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 Ganesha Sarnam Ganesha, Ganesha Sarnam Ganesha, Ganesha Sarnam Om Gam 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 Ganapatiye Namunamaha Om Gam 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 Ganapatiye Namunamaha Ganesha, Ganesha, Ganesha Sarnam. Ganesha, Ganesha, Ganesha Sarnam. Ganesha, Ganesha, Ganesha. Ganesha, Ganesha.